Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zum Thema Videoüberwachung. Ja, Videoüberwachung ist natürlich ein großer Bestandteil vom Thema Smart Home. Viele von euch haben schon Videokameras im Einsatz und ich werde auch häufig gefragt, welche Kameras kannst du eigentlich empfehlen? Und ja, da kam es mir ganz entgegen, dass mir die Firma Insta geschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich nicht einfach mal eine von ihren Kameras testen möchte. Ja, das ist das Modell. Das ist eine PoE-Kamera, also eine Netzwerkkamera ohne WLAN. Die bieten auch WLAN-Kameras an. Wenn du dich dafür interessierst, schau gerne mal beim Stefan vorbei von verdrahtet.info. Der hat eben auch schon WLAN-Kameras von Insta getestet. Das Video verlinke ich dir einfach hier oben. Wir schauen uns jetzt dieses Modell hier an. Das ist ein PoE-Modell, wie gesagt. Das heißt, wir brauchen nur ein Netzwerkkabel. Darüber funktioniert die Stromversorgung, als auch die Integration in unser Netzwerk ohne Funk, ohne alles. Ist natürlich eher für Neubau hier relevant, weil man muss natürlich überall die Netzwerkkabel dann hinziehen. Ja, was das Modell kann, ob ich es empfehlen kann und so weiter, wie man es einrichtet, siehst du jetzt hier im Video. Ich freue mich auf dein Feedback und wünsche dir jetzt hier viel Spaß mit dieser Insta-Kamera. Ja, das ist der Karton. Das hat mir Insta jetzt eben geschickt. Das ist die IN9008. Das ist eine Full-HD-POE-Kamera. POE steht natürlich für Power over Ethernet. Und dann muss man eben nur ein Kabel hier hinziehen und hat dann eben alles schon angeschlossen und ist eben auch Kabel gebunden. Das heißt, wir haben hier keinen WLAN oder so und können das Ganze direkt mit nur einer Leitung Kabel gebunden hier eben in unser Netzwerk integrieren. Schauen wir rein, was drin ist. Ich mache den Karton einfach mal auf. Hier haben wir als erstes die Bedienungsanleitung der Außenkamera. Die gibt es auch noch in schwarz. Ich habe mich jetzt hier für das weiße Modell entschieden. Hier ist das gute Stück auch schon. Die packen wir zuletzt aus. Hier habe ich noch den Fuß dann für die Wandhalterung. Alles hier aus Metall. Ist also sehr stabil. Extrem cool. Hier sogar einen Schraubendreher dabei. Braucht man also noch nicht mal Werkzeug. Außer natürlich eine Bohrmaschine, um das Ganze an der Wand zu befestigen. Dann ist hier noch ein Netzteil bei. Das brauchen wir hoffentlich nicht, weil wir das Ganze ja über POE betreiben. Dann haben wir hier noch verschiedene Stecker. Den EU-Stecker hier und das müsste Großbritannien sein. Brauchen wir dann auch nicht. Dann liegt noch ein Netzwerkkabel bei. Das werden wir dann wahrscheinlich benutzen. Dann haben wir hier noch Dübel und eine Schablone für die Wandbefestigung und natürlich Schrauben. Hier noch weitere. Ich weiß gar nicht, wofür genau das ist. Schauen wir gleich. Und dann eben die Kamera selbst. Ich habe die Kamera hier gerade gewogen. Nur dieses Teil wiegt hier schon fast 700 Gramm. Ist also extrem schwer, aber dafür auch sehr wertig. Und in der Länge ist sie so fast 15 Zentimeter lang. Ist natürlich hier noch eingefahren. Diesen Schirm hier vorne, diesen Blendschutz, den kann man noch nach vorne schieben hier. Und dann wird sie natürlich noch ein Stück länger. Und natürlich steht sie dann auch noch von der Wand ab. Also ich denke mal in Summe kommt man hier so bei 20 bis 25 Zentimetern raus. Je nachdem, wie stark man sie dann eben neigt. Dann haben wir hier unten einen Bewegungsmilder. Der ist direkt mit integriert. Und hier drum sind eben die Infrarot-LEDs für die Nachtsicht. Und das sehen wir aber später noch. Schaue ich mir dann eben auch hier an. Den Schirm kann man hier wie gesagt so ein Stück nach vorne schieben. Ja, kann man natürlich noch weiter schieben. Muss man dann nachher schauen, ob die Sonneneinstrahlung irgendwie stört. Und dann kann man den noch weiter nach vorne schieben, falls man das braucht. Auf der Rückseite haben wir dann hier diese vier Schraubpunkte. Dann nehme ich gleich den mitgelieferten Schraubendreher und löse die Schrauben hier mal. Und dann schauen wir mal, wie das von drinnen aussieht. So sieht das Ganze von innen aus. Hier haben wir noch die externe 12 Volt Versorgung, falls wir die anschließen. Da war ja das Netzteil mitgeliefert. Ansonsten haben wir hier natürlich die Möglichkeit, das Ganze wie gesagt über Power over Ethernet zu betreiben. Das machen wir jetzt gleich. Dann haben wir hier unten noch einen Micro-SD-Kartenport für die interne Aufzeichnung. Also auf die Micro-SD-Karte können wir natürlich auch aufzeichnen. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier brauchen. Links neben dem Ethernet-Anschluss findest du dann eben noch eine Klinke 3,5 mm für einen Lautsprecherausgang. Weil die Kamera hat eben auch ein Mikrofon auf der Unterseite. Damit können wir dann Audioaufnahmen starten oder eben auch für Geräuscherkennung dann eben Aufnahmen starten. Auch ganz cool. Werde ich jetzt aber hier nicht anschließen. Je nachdem, was wir hier anschließen, brauchen wir natürlich unterschiedliche Dichtungen. Hier haben wir zum Beispiel nur mit einem Durchgang. Das ist dann eben, wenn wir das Ganze mit PoE betreiben, also nur das Netzwerkkabel. Dann haben wir hier zwei. Da brauchen wir dann eben das Netzwerkkabel und die Stromversorgung zum Beispiel. Und drei wäre dann Netzwerkkabel, Stromversorgung. Als auch Mikrofon, beziehungsweise hier auch Netzwerkkabel und Mikrofon geht natürlich auch in jeder beliebigen Kombination. Je nachdem, was wir machen, müssen wir hier unterschiedliche Dichtungen hier oben einsetzen. Wie schon mehrfach gesagt, möchte ich ja hier mit PoE arbeiten. Also nehme ich hier diesen Ring, schiebe den drauf, den Abschlussring, dann hier den Dichtungsring und dann führe ich das Netzwerkkabel eben hier einmal in die Öffnung ein. Also in das Gehäuse. Steck das jetzt in die Kamera und dann kann ich alles hier wieder miteinander verschrauben. Dabei natürlich auf jeden Fall auf die Reihenfolge achten. Also wenn du das machst, hast du dein Netzwerkkabel dann hoffentlich schon vorher durch die Wandteiltrungen geführt und die an der Wand angebracht. Und dann kommt eben der Rest nacheinander. Und da bitte darauf achten, ansonsten baust du das Ganze zehnmal auseinander und wieder zusammen, wenn du irgendwie vergessen hast, ein Teil mit aufzuziehen. Gut, das habe ich jetzt hier durchgeführt und wieder hier reingesteckt. Das ist ein bisschen müßig, aber das kriegt man auf jeden Fall hin. Und dann einfach verschrauben und fertig ist. Dann ist das Ganze auf jeden Fall auch dicht und für den Außenbereich geeignet. Die Halterung selbst wird dann auf der Rückseite mit drei Schrauben einfach fixiert. Die sind auch natürlich im Lieferumfang und dann sind wir eigentlich auch schon fertig und haben das Ganze montiert. Zum Ausrichten kann man dann hier einfach das Ganze frei bewegen und dann nachher hier mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel einfach fixieren. Dann bewegt sich auch nichts mehr und so kann man die Kamera dann in Ruhe ausrichten. Und jetzt würde ich sagen, haben wir alles montiert und starten mit der Einrichtung. Ich habe die Kamera jetzt hier mit auf meinem Demo-Board befestigt. Der eine oder andere kennt das Board schon aus der KNX-Videoreihe. Sieht also auch ganz gut aus und hält hier wirklich super stabil. Da könnte ich das ganze Demo-Board dran hochheben wahrscheinlich. Und von der Verarbeitung bin ich wirklich begeistert. Die ist echt top. Ist nur sehr, sehr groß die Kamera. Also dezent ist anders, aber vielleicht ist das natürlich auch nicht schlecht. Jetzt handelt es sich ja um eine PoE-Kamera. Das heißt, wir müssen die Stromversorgung natürlich mit über das Netzwerkkabel gewährleisten. Natürlich gibt es zum Beispiel Switches, die schon mehrere Ports direkt als PoE-Ports zur Verfügung stellen. Wenn man das nicht hat, kann man auch einfach hier so einen PoE-Injektor nehmen. Dann kommt eben hier das ganz normale Netzwerkkabel an und dazwischen ist dann eben dieser Injektor und der versorgt dann eben die Kamera mit Strom. So, ob ich es jetzt hier gelöst, den verlinke ich dir auch mit in der Infobox. Wenn man mehrere Kameras nutzen möchte, macht es natürlich Sinn, direkt sich einen Switch zu besorgen, der eben mehrere Ports dann eben für PoE bereitstellt. Als nächstes müssen wir natürlich die Kamera in unserem Netzwerk finden. In der Regel bekommt ihr natürlich von unserem DHCP-Server automatisch eine IP-Adresse zugewiesen und dafür gibt es jetzt hier ein Insta-Camera-Tool. Das gibt es für Windows, macOS und Linux. Das ist aber nur dafür da, um die IP von der Kamera rauszufinden. Also eigentlich brauchen wir das nicht. Wenn du also in deiner Fritzbox oder in deinem Router nachschaust, welche IP die Kamera bekommen hat, dann brauchst du dieses Tool wie gesagt nicht. Und ich habe jetzt die IP schon nachgeschaut und ruf jetzt einfach die IP, die die Kamera bekommen hat, im Browser auf. Wenn wir die IP-Adresse jetzt hier aufrufen, in meinem Fall ist das jetzt hier die 44106, dann bekommen wir hier diese Login-Maske zu sehen. Und dort loggen wir uns ein mit dem Benutzernamen Admin und dem Passwort Insta. Alles klein geschrieben. Dann drücke ich Enter und jetzt kann ich hier als allererstes die Sprache auswählen. Ich nehme hier natürlich Deutsch. Und jetzt haben wir hier eben den Assistenten, der uns bei der Einrichtung helfen wird. Ich klicke also hier auf Weiter. Und jetzt müssen wir eben als erstes für diese Admin-Oberfläche hier ein neues Passwort vergeben. Weil Insta ist natürlich das Standard-Passwort und das ändern wir jetzt hier eben. Ich benutze überall generierte Passwörter, einfach um die Sicherheit so hoch wie möglich zu halten. Ich nehme zum Beispiel dieses Passwort hier und füge das hier ein. So, das ist jetzt mein neues Kennwort. Bestätigen. Jetzt haben wir eben hier die IP-Adresse. Und da sollte man eine feste interne IP-Adresse vergeben. Das heißt, irgendwas, was außerhalb des Bereiches vom DHCP-Server liegt. Da muss man mal schauen. Meistens sind die ersten 20 IP-Adressen oder so eben nicht im DHCP-Bereich. Und deswegen kann man da statische IPs vergeben. Aber das hängt natürlich vom Router ab. Manche vergeben auch direkt von Anfang an. Manche haben am Ende noch ein bisschen Luft. Da musst du schauen. Und ich gucke jetzt einfach mal, wo ich noch hier Platz habe. Und ich nehme jetzt hier einfach die Punkt 5 am Ende. Die habe ich noch nicht vergeben. Den Rest lasse ich so. Gateway, DNS-Server und so weiter stimmt alles. Und dann sage ich bestätigen. Dann kann ich noch einen anderen Namen für die Kamera vergeben. Zum Beispiel Terrasse oder so. Also irgendwas, wo die vielleicht hängt. Oder hier Kamera minus Terrasse. Wenn man mehrere hat, dann findet man die nachher schneller wieder. Dann kann man den Kameranamen auch noch im Kamerabild einblenden. Ist die Frage, ob man das möchte. Dann sieht man auch, wo das Ganze ist. Und man kann einen Zeitstempel im Kamerabild einblenden. Und die Zeitzone stimmt hier auch schon. Das bestätige ich also auch. Jetzt sollen wir die App installieren. Ich habe jetzt hier einen iPhone. Und dann kann man die App eben runterladen. Mache ich aber erst gleich. Jetzt erst mal weiter. Jetzt kann man hier, um den Zugriff von außen einzurichten, eben hier mit dDNS arbeiten und so. Mache ich nicht. Ich klicke auf Weiter. Hier haben wir noch ein paar Einstellungen. Wie Alarm aktivieren. Alarm Videos auf SD-Karte speichern. Aber das können wir nachher auch noch alles einstellen. Ich würde erst mal sagen, wir überspringen das Ganze. Und beenden jetzt hier den Wizard. Okay. Danach werde ich automatisch hier schon auf die neue IP der Kamera. Also die 44.5 hatten wir ja statisch vergeben. Da werde ich jetzt hingeleitet. Und mein Benutzername ist nach wie vor admin. Und das Kennwort ist das, was wir eben vergeben haben. Login. Ja, jetzt sollen wir hier den Adobe Flash Player installieren. Der ist aber nicht mehr so richtig angesagt, würde ich sagen. Deswegen finde ich das hier gerade schon nicht so gut. Naja, mal gucken, ob wir alternative Wiedergabenmethoden hier finden. Ich klicke erst mal hier auf deaktivieren. Und da haben wir jetzt das Kamerabild. Das filmt jetzt hier auf meine Tür. Aber passt soweit. Ich sehe direkt das Bild. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier noch für Einstellungen vornehmen können. Hier oben links kommen wir in die Einstellungen. Und hier habe ich ja dann zum einen Netzwerk. Kann die IP-Konfiguration nochmal ändern. Aber da hatten wir ja schon eine statische IP vergeben. Das passt. SSL-Zertifikat brauchen wir nur, wenn wir DIN-DNS nutzen. Und den DDNS-Service von Insta. Da ist eben hier schon das SSL-Zertifikat hinterlegt. Eben für eine verschlüsselte Verbindung. Möchte man einen eigenen DDNS-Server nutzen, sollte man natürlich das entsprechende Zertifikat für die Domain dann eben hier auch hinterlegen. Generell würde ich aber von dem Fernzugriff über DIN-DNS abraten. Ich würde das dann eher über VPN realisieren. Dann haben wir hier noch UPnP. Habe ich auch nicht eingeschaltet. Ist im Standard auch aus. Dann geht es weiter mit Multimedia. Hier haben wir Audio. Da kann man eben die Mikrofonintensität einstellen von dem integrierten Mikrofon. Kann das generell aktivieren oder deaktivieren. Und kann auch die Lautstärke von dem Audioausgang, den wir gesehen haben, kann man auch nochmal festlegen. Aber den nutze ich ja zurzeit gar nicht. Ich lasse hier Audio mal an. Dann haben wir hier noch Video. Da kann man jetzt sagen, die Videoauflösung, wie hoch die sein soll, wie gut die Kompression sein soll. Ich stelle die mal ein bisschen runter. Dann haben wir hier die Video-Bitrate. Die stelle ich mal ganz hoch. Dann haben wir hier noch eine Variable-Bitrate. Das sind natürlich dann Eigenschaften nachher für den Video-Stream. Genauso wie viele Keyframes gesetzt werden sollen. Alle 40 Bilder reicht ja auch in der Regel. Also Keyframes sind immer volle Frames in einem Video. Und ansonsten wird nur die Änderung im Bild immer gespeichert, um eben kleinere Dateigrößen zu erreichen quasi. Dann habe ich hier das Flash-Plugin. Das kann man auch auf Quicktime umstellen. Eben hier nur für den Browser. Und der M.JPEG-Modus steht hier auf M.JPEG und nicht auf JPEG. Also hier Motion JPEG ist auch sicher die bevorzugte Variante für die meisten. Das übernehme ich. Und dann kann ich diesen Dialog hier schon wieder schließen. Dann schauen wir weiter in den Bildeinstellungen. Hier kann man viel Feintuning noch am Bild vornehmen. Aktuell haben wir hier den Tag-Modus, den wir einstellen. Es gibt natürlich auch noch einen Nacht-Modus mit den Infrarot-LEDs, die vorne dran sind. Dann kann man hier natürlich, wenn sich die Kamera in dem Nacht-Modus befindet, dann die Einstellung für den Nacht-Modus auch noch vornehmen. Hier gibt es wirklich eine ganze Menge, was man einstellen kann. Bild entzerren und so weiter. Also auch gerade der Blickwinkel hier, den finde ich wirklich gut. Die Kamera ist echt nah an der Tür gerade. Und man kriegt trotzdem noch alles drauf. Das hätte ich gar nicht gedacht bei dem Objektiv, was da verbaut ist. Man kann sogar den Fokus noch verändern. Hardware-technisch direkt an der Kamera. Da hat Insta auch Videos zu, habe ich gesehen. Wenn dich das interessiert, dann schau einfach auf dem YouTube-Kanal von Insta vorbei. Ja, dann schauen wir weiter. Bild-Overlays hatten wir schon. Das ist hier oben links der Name der Kamera und oben rechts der Zeitstempel. Dann hatten wir hier Privatsphäre. Da kann man eben bestimmte Zonen festlegen, die eben nicht mit im Bild auftauchen sollen. Hier zum Beispiel Bereich 1. Dann ist der eben schwarz. Und wenn ich den jetzt hier so draufziehe und das Ganze übernehme, dann habe ich hier so ein schwarzes Kästchen im Bild. Ist natürlich sinnvoll, wenn man irgendwie eine Straße oder einen Fußweg oder öffentlichen Bereich oder das Nachbarhaus mit drauf hat. Dann legt man da einfach einen schwarzen Bereich drüber. Dann mache ich das mal eben wieder aus. Das hilft uns jetzt hier gerade nicht. Dann haben wir hier verschiedene Features. Wir können uns per E-Mail benachrichtigen lassen. Da müssen wir natürlich dann einen SMTP-Server hinterlegen, welcher genutzt wird, um die E-Mails zu verschicken. Genauso wie einen Empfänger, wer eben die E-Mails bekommen soll. Also alles lokal hier aktuell. Wir haben noch keinen Cloud-Dienst, sonst irgendwas. Die Kamera ist hier komplett unter unserer Kontrolle und ich habe auch kein Konto bei Insta bis jetzt. Ja, alles passiert hier, wie gesagt, nur mit der Kamera in meinem lokalen Netzwerk. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Dann können wir die Videos, die wir aufnehmen, natürlich auf einen FTP-Server hochladen. Das kann ein Raspberry Pi im internen Netzwerk sein oder ein NAS. Genauso gut kannst du das aber irgendwo auf einen externen FTP-Server im Internet schieben. Dann haben wir hier die infraroten Nachtsicht. Die wird hier automatisch eingeschaltet oder man kann sie auch nach einem Zeitplan einschalten lassen. Automatisch bedeutet eben, dass hier je nach Helligkeit der Modus automatisch aktiviert wird. Hier sehen wir den Helligkeitswert. Da kann man quasi die Schwelle einstellen. Und je dunkler es wird, je später kann man dann quasi in den Nachtsichtmodus wechseln. Das muss man aber einfach ausprobieren. Das kommt natürlich auf die Position an, wo die Kamera hängt. Dann haben wir hier noch eine manuelle Aufnahme. Wir können Einstellungen hier für die SD-Karte vornehmen, dass wir sagen, wir sollen hier das Ganze aufbewahren, bis der Speicher voll ist. Oder eben die Sachen nach einer bestimmten Zeit automatisch verwerfen lassen. Hier kann ich mir die Dateien anzeigen lassen, die mit auf der SD-Karte aktuell schon drauf liegen. Ich kann sie auswerfen, ich kann sie formatieren. Die steckt natürlich direkt in der Kamera und das ist natürlich auch ein Aufnahmeort. Wenn man das jetzt nirgendwo anders hinschieben möchte, die Aufnahmen, dann kann man die SD-Karte hier wunderbar verwenden. Dann haben wir eine Status-LED. Die kann man hier auch komplett ausschalten. Den Wizard haben wir eben schon gesehen und jetzt wird es eigentlich hier spannender. Wir können nämlich hier verschiedene Alarme definieren. Hier nochmal für zwischendurch die Nachtsicht. Also das ist wirklich gut, was die Kamera hier hinbekommt. Und da hat man eben diesen Infrarot-Nachtsicht-Modus und die Sicht ist auch im Dunkeln wirklich wunderbar. Sobald es dann dunkler wird, schaltet die Kamera in den Nachtsicht-Modus und dafür eben die Infrarot-LEDs an. Und die sieht man eben auch. Das sind dann so fünf leuchtende Punkte und die sind auch heller hier in echt als jetzt hier auf dem Kamerabild. Das kommt nicht so gut rüber. Man sieht sie auf jeden Fall sehr deutlich und man sieht auch eben, dass sie leuchten. Also wenn man an der Kamera vorbeigeht von außen, würde man auf jeden Fall sehen, dass dort eben diese fünf Punkte leuchten und die fallen auf jeden Fall auch auf. Aber dafür ist die Nachtsicht natürlich auch sehr gut. Gut, schauen wir uns also an, was es für Funktionen für den Alarm hier gibt. Als erstes haben wir verschiedene Aktionen. Hier können wir zum Beispiel eine E-Mail verschicken. Das klappt natürlich nur, wenn wir das Ganze vorher konfiguriert haben. Genauso die FTP-Upload-Funktion oder auch hier das Video an die Cloud zu senden. Also hier kann man genau aussteuern, was bei einem Alarm eigentlich passieren soll. Genauso wie viele Bilder gemacht werden sollen, wie viele Bilder auf die SD-Karte gespeichert werden sollen und wie viele Bilder auf dem FTP gespeichert werden sollen. Dann können wir einen Alarmton ausgeben, einen Audio-Alarm aktivieren und hier auch unseren Bewegungsmelder im Endeffekt noch aktivieren. Da sage ich auch mal Ja. Dann können wir das Ganze noch mit einem Bereich koppeln. Das lasse ich aber aus. Und das würde ich jetzt erstmal so übernehmen. Also die Einstellungen lassen wir erstmal alle leer. Die sind auch eigentlich selbsterklärend, denke ich. So, das übernehme ich. Der nächste Punkt auf der linken Seite sind dann die Alarmbereiche. Und hier können wir jetzt verschiedene Bereiche aktivieren. Einen roten, einen blauen, einen grünen und einen gelben. Und die kann man natürlich später auch unterscheiden. Ich würde jetzt mal den Bereich 1 hier aktivieren. Und Bereich bedeutet, wenn in diesem Bereich hier jetzt eine Änderung auftritt, dann wird eben ein Alarm ausgelöst. Natürlich kann man hier die Sensitivität auch noch einstellen, wie empfindlich das Ganze sein soll. Da muss man natürlich dann in der Praxis ein bisschen mit dem Wert rumspielen. Wenn man zu häufig Fehlalarme hat, dann muss man das Ganze natürlich ein bisschen runterstellen. Generell wird empfohlen, die Bereiche so groß wie möglich zu halten. Und in kleinen Bereichen treten häufiger dann Fehlalarme auf. Aber da einfach nochmal in das Wiki schauen von Insta. Das ist wirklich sehr gut. Und da wird genau erklärt, wie man seine Bereiche definieren sollte. Ich nehme jetzt hier nur einen Bereich, nur den roten Alarmbereich. Habe den jetzt hier eben aktiv geschaltet und übernehme das Ganze. Über den nächsten Punkt auf der linken Seite können wir dann einen Zeitplan hinterlegen, wann der Alarm eigentlich aktiv sein soll. Hier ist im Standard alles gewählt. Genauso können wir hier natürlich dann einzelne Bereiche ausnehmen, also Uhrzeiten und Wochentage. Da haben wir hier so eine Matrix, wo wir eben festlegen können, wann eigentlich der Alarm aktiv sein soll, wie gesagt. Aber hier lasse ich jetzt erstmal das Ganze auf alles stehen und breche den Dialog hier ab. Dann können wir uns auch noch Push-Notifications schicken lassen. Das geht natürlich nur, wenn wir die App eingerichtet haben. Habe ich jetzt bei mir hier noch nicht gemacht. Und der spannendste Punkt ist eigentlich hier unten der Alarm-Server. Weil hier können wir einen HTTP-Request machen, wenn eben ein Alarm ausgelöst wird. Und da ist natürlich egal, ob wir das Ganze jetzt eben an FEM, Node-RED oder irgendein anderes System übergeben. Und da können wir dann eben mit dem Alarm weiterarbeiten. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich auch nur so verwenden und gar nicht mit den Funktionen SD-Karte oder FTP-Upload und so weiter. Dann hat man nämlich auch die Möglichkeit, in dem Zielsystem auszuwerten, ob überhaupt gerade der Alarm aktiv sein soll oder nicht. Also man macht hier den Zeitplan zum Beispiel, wie ich jetzt, auf alles. Rund um die Uhr wird also ein Alarm ausgelöst. Und dann kann ich in dem System entscheiden, ob das gerade kritisch ist oder nicht, weil es zum Beispiel dunkel ist oder weil ich nicht zu Hause bin oder was auch immer. Also ich kann das an viele externe Parameter dann eben knüpfen. Und die Möglichkeiten habe ich ja hier dann eben nicht. Natürlich könnte ich das zusätzlich noch auf die SD-Karte speichern, aber ich persönlich brauche dann eben keine Cloud oder kein FTP-Upload oder eine E-Mail- oder Push-Funktion, weil das würde ich dann alles aus dem System machen, wo ich das hier dann eben ja hinsende an meinen Alarmserver jetzt hier. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis auf das sehr gute Wiki von Insta. Hier gibt es auf der linken Seite einen Punkt, der heißt Für Entwickler. Und wenn man da drauf geht, bekommt man hier eben ja verschiedene Kapitel angeboten. Wir haben CGI-Befehle, womit wir eben die Kamera steuern können. Dann haben wir Node-RED und MQTT und viele andere Systeme, auch IO-Broker, Node-RED hier unten nochmal, Xiaomi und ZigPy to MQTT. Da gibt es sehr viele Beispiele, wie gesagt, was man alles einrichten kann. Hier auch mit Zone-Minder zum Beispiel. Und das ist wirklich gut gemacht. Also gerade hier wird auf Open Source gesetzt und sehr viele Anleitungen geboten. Das ist natürlich sehr, sehr cool und sehr begrüßenswert. Und mir geht es ja hier auf dem Kanal immer um die Möglichkeit, Systeme untereinander verknüpfen. Und hier zum Beispiel die Kamera auch integrieren zu können, dass man eben keine Insellösung hat, sondern das Ganze eben nahtlos sich mit den anderen Komponenten ja versteht. Dann gehen wir nochmal auf Für Entwickler und hier finden wir ja die CGI-Befehle. Und hier habe ich ja jetzt die 1080p-Series. Und hier finden wir jetzt alles Mögliche, was wir im Menü einstellen können, auch als Möglichkeit per HTTP-Request eben verändern zu können. Und das ist wirklich cool. Hier kann man nämlich alles Mögliche jetzt im Endeffekt konfigurieren. Man kann den Alarm an- und ausschalten und eben alles über externe Systeme steuern. Die komplette Web-Oberfläche, die wir gerade zur Konfiguration gesehen haben, die kann ich eben auch über HTTP steuern und ebenso über ein Fremdsystem zu 100% und nahtlos natürlich auch integrieren. Hier haben wir zum Beispiel die entsprechenden URLs für Snapshots in Full HD, in 320p, in 160p. Wir haben hier verschiedene Streams, können wir auch gleich ausprobieren. Hier hinten übergeben wir dann immer den Benutzernamen und das Passwort und so können wir alles Mögliche dann eben auch hier anzapfen. Ja, und die testen wir jetzt erstmal hier als erstes, würde ich sagen, also die verschiedenen JPEG-Streams, was die überhaupt zu sagen haben. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass hier in der Web-Oberfläche das Vorschaubild nicht unbedingt der Hit ist. Also hier sind viele Treppchenbildungen und so, also das ist garantiert keine Full HD-Auflösung. Schauen wir uns das Ganze an und auch hier wird intern der MJPEG-Stream aufgerufen. Ich öffne das Ganze mal in einem neuen Tab. Und hier sehen wir jetzt, das Bild ist so klein und das liegt natürlich daran, dass hier oben der Parameter 12 aufgerufen wurde, hier bei Channel. Und wenn ich mir das in der Doku anschaue, dann sehen wir, dass Channel 12 auch hier eine geringe Auflösung wahrscheinlich hat. Ich gehe mal auf den Channel 13 und 11 gibt es ja auch noch. Also hier wieder hoch, ich ändere das in 13. Das ist dann so ganz klein und 11 wird dann wahrscheinlich eine bessere Auflösung sein. Genau, das ist Full HD und da sieht das Bild doch schon wesentlich besser aus. Und jetzt sind die Kanten auch ganz gerade und ordentlich. Und je nachdem, von wo man natürlich auf die Kamera zugreift, hat man unterschiedliche Möglichkeiten an Traffic. Aber ich werde wahrscheinlich immer das Full HD-Bild nutzen dann hier. Das sieht einfach am besten aus und nur so bekommt man natürlich die höchste Qualität. Ja, wie du siehst, wird hier oben in der URL auch Benutzername und Passwort mitgegeben. Und das müssen wir natürlich überall machen, damit nicht jeder hier aus dem Internetzweck, in diesem Fall natürlich nur, aber damit nicht jeder hier auf die Kamera dann zugreifen kann. Schauen wir weiter. Angenommen, wir möchten jetzt hier nur einen Snapshot haben, dann ist es eben diese URL hier. Dann nehme ich einfach mal diesen Pfad und dann testen wir den als nächstes auch einfach aus. So, hier einfügen, hier zwischen, zack, Enter. Ja, und dann haben wir eben hier einen Snapshot, auch in Full HD, genau wie das hier eben dokumentiert ist, 1080p Snapshot. Und damit hätten wir zum Beispiel für eine Loxone-Integration hier schon alle URLs, die wir brauchen. Wenn dich das interessiert, zeige ich das gerne nochmal in einem separaten Video. Viel spannender sind jetzt aber eigentlich die ganzen CGI-Befehle hier oben. Das klingt jetzt kompliziert, funktioniert aber genauso, wie gerade dargestellt. Und einen HTTP-Request können wir ja eigentlich aus jedem System auslösen und so dann eben hier die Kamera konfigurieren und jederzeit die Konfiguration natürlich dynamisch verändern. Ja, für jedes Menü gibt es hier dann ein eigenes Wiki quasi. Angenommen, wir hätten jetzt unser Alarm-Menü. Klicke ich da drauf. Dann haben wir hier sogar schon Beispiel-Flows, welche wir benutzen können. Wir haben hier die Alarm-Aktion, die wir verändern können. Wir haben die Alarm-Areas, also die Bereiche und die können wir natürlich auch über CGI ein- und ausschalten. Zum Beispiel Disenable Alarm-Detection für die jeweilige Area und all das können wir über die URL machen. Und dafür gibt es wie gesagt hier auch jede Menge Beispiel-Flows, die man sich runterladen kann. Und wir machen jetzt mal was ganz Einfaches und wollen natürlich zum einen, wenn ein Alarm auftritt, wollen wir jetzt hier unser Node-Red mal informieren. Und das bauen wir jetzt noch und damit würde ich das Video dann gleich auch abschließen. Wir möchten ja jetzt hier Node-Red als Alarm-Server konfigurieren gleich und dafür muss ich das Ganze natürlich entgegennehmen hier in Node-Red. Ich nehme jetzt hier so eine HTTP-Node. Da mache ich einen Doppelklick und die nenne ich einfach mal hier Insta. Dann wird an diese URL gleich eben das Ganze gesendet. Ich glaube, das ist ein Get-Request, werden wir aber dann gleich sehen. Hier kann ich auch nochmal Insta-Kamera reinschreiben oder Alarm zum Beispiel. Okay. Und dann brauchen wir natürlich gleich eine Response. Da schicke ich einfach das gleiche mal zurück. Und dazwischen packe ich eine Debug-Node, einfach dass wir uns das anschauen können. Authentication für diese Node würde natürlich in der Konfiguration dann entsprechend hinterlegt werden. Habe ich auch schon mal in einem Node-Red-Video gezeigt und auch in dem Node-Red-Grundlagenkurs würde jetzt hier zu weit gehen. Wir schicken also mit der Insta-Kamera jetzt an diese URL, slash Insta, was wir hier konfiguriert haben. Schicken wir jetzt also unseren Alarm und dann schauen wir mal, was wir bekommen. Ich gehe also hier wieder auf meine Kamera, Einstellung, Alarm-Server, gebe dann hier die IP-Adresse an. Port ist 1880 und der Pfad ist Insta. Authentication haben wir nicht aktiv und wir können auch noch einen Alarmauslöser anhängen. Mal gucken, was das genau bedeutet. Und hier ganz oben dürfen wir natürlich nicht vergessen, den Haken zu setzen, dass wir den Server auch kontaktieren wollen, also dass der Request überhaupt gesendet wird. Das übernehme ich und damit würde ich sagen, testen wir das mal, indem ich jetzt hier eine Bewegung auslöse. Ja, wie man gesehen hat, habe ich die Tür einmal aufgemacht und jetzt gehe ich hier rüber in Node-Red und habe hier in meinem Debug, in meiner Debug-Node, alles abgefangen und das können wir uns jetzt mal genauer anschauen. Hier sehe ich jetzt also schon Request, haben wir hier verschiedene Parameter, die mit angehängt wurden, beziehungsweise Query-Parameter sind das natürlich. Hier steht jetzt Active 1 und hier kann ich jetzt natürlich entscheiden, ja, welche Area ist das? Und diese 1 bedeutet jetzt eben, dass der Bereich 1 ausgelöst hat. Wenn ich mir den Pfad kopiere, kann ich hier natürlich ganz einfach so eine Switch-Node zum Beispiel zwischenmachen und dann auf die unterschiedlichen Bereiche unterschiedlich reagieren, Message, Request, Query, Active und wenn das Ganze auf 1 steht, dann ist das eben hier Bereich 1, Bereich 1 und dann kann ich damit eben weitermachen und dann kann ich natürlich, ja, unterscheiden, welcher Bereich denn getriggert wurde. Dann könnte ich hier auch Filter nach Uhrzeiten machen, ob es draußen dunkel ist mit Helligkeitssensoren und dann eben hier hinten unterschiedlich weiterverfahren, je nachdem, ja, was für Konditionen gerade zutreffen. Wie gesagt, das würde jetzt zu weit gehen, wenn wir jetzt hier komplett einsteigen. Ich würde sagen, dazu mache ich nochmal eine separate Lektion hier mit Node-Red und dem Alarmserver und auch der CGI-Steuerung, was man alles machen kann und damit würde ich das Video jetzt hier erstmal abschließen. Kommen wir also zu einem kleinen Fazit. Was finde ich gut an der Kamera? Zum einen Verarbeitungsqualität. Also die ist wirklich gut. Das Metallgehäuse, ich weiß nicht genau, was für ein Material das ist, aber es fühlt sich wirklich, wirklich gut an. Aber man muss ein bisschen aufpassen, dieser Lack, wenn man da mit den Schrauben oder mit dem Schraubendreher drankommt, dann schabt man den schon mal ab und ich weiß nicht, ob es an den Stellen dann rosten würde. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was das für ein Material ist. Also da auf jeden Fall vorsichtig sein, aber ansonsten, man befestigt sie ja in der Regel nur einmal und dann sollte sie auch eine ganze Weile halten. Dann PoE-Modell. Obwohl ich PoE bestellt habe, gab es ein Netzteil dazu und auch sonst alles, was man braucht. Eine Micro-SD-Karte lag dabei, sogar Werkzeug, einen Schraubendreher. Also alles, was man irgendwie braucht, ist schon mit der Kamera im Lieferumfang und das ist wirklich, wirklich gut und auch eine Seltenheit, dass man das alles wirklich mit dazu bekommt. Was fand ich noch gut? Cloud ist möglich, aber optional. Das heißt, man hat das Ganze in der vollen Kontrolle. Ich brauche nicht irgendwelche Apps und Accounts erstellen, bevor man das Ganze überhaupt in Betrieb nehmen kann. Einfach anstecken, auf die Web-Oberfläche gehen und dann eben in Betrieb nehmen. Und mir persönlich ist das sehr wichtig, dass man eben den Cloud-Zugriff optional hat und nicht dazu gezwungen wird, wie bei vielen anderen Herstellern. Dann ist ein Riesen-Pluspunkt eben die API, also die Schnittstelle über CGI, dass ich da mit HTTP-Requests eigentlich alles konfigurieren kann, was ich auch über die Oberfläche konfigurieren kann. Und damit kann ich die wirklich nahtlos in jedes System integrieren. Und das ist wirklich ein Riesen-Pluspunkt. Das heißt, die Schnittstelle, die ist wirklich gut und da kann man alles mit machen. Klar, man muss ein bisschen Doku lesen und sich da durchwühlen, aber im Endeffekt kann ich jede Einstellung, die ich auch über die Web-Oberfläche machen kann, eben auch über die API machen und da auf jeden Fall dicker Pluspunkt. Ansonsten schreib mir gerne in die Kommentare, was du von der Kamera hältst und was du auch von Insta hältst. Dann gibt es natürlich auch sehr viel günstigere Modelle. Die haben häufig Cloud-Zwang. Da muss ich mich registrieren. Die Daten gehen zwangsläufig irgendwo in die Cloud und ich habe gar keine Wahl und ich kann das Ganze ohne App auch nicht konfigurieren. Und was hilft mir eben eine Kamera, wo ich nur mit der App das Ganze bedienen kann und nur mit Internetzugriff? Ja, manche wollen das vielleicht, dass man von unterwegs dann auch drauf gucken kann. Aber auch hier bei Insta habe ich die Möglichkeiten, entweder ich mache es über Dyn-DNS oder über die App. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wie ich eben von außen auf die Kamera kommen kann. Ich würde empfehlen, das Ganze per VPN zu lösen und das Ganze über keine Cloud zu schicken. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Möglichkeiten hat man hier eben zur Genüge. Das soll es von meiner Seite auch gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und werde Abonnent von dem Kanal, wenn du noch kein Abonnent sein solltest. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao, ciao.